ja ist hier jetzt nur ein soundtrack aber mal schauen ob es nur dreck wird oder doch wieder irgendetwas respektvolles wollen wir doch mal gucken wieso höre ich jetzt nichts ist eigentlich berufbar zu lassen es für mich auch nur zu probieren ob das mit den level hierin oder doch nur hier im wie Irrsinn natürlich passieren könnte, während ich letzten Endes das gebe. Und zwar mir viel Mühe geben ist, dass hier einfach nur mal wieder zum Kapieren, was hier sonst noch so in Irrsinn vielleicht nochmal gepackt werden dürfte, während ich einfach nur die Hürde nehme und natürlich auch hier jetzt gerade kürzere oder längere Probleme ins Extreme verwandle, weil ich weiß, natürlich auch geht das hier garantiert ein bisschen zu spät erst los, aber egal, weil ich werde hier wie der sehr groß oder doch nur wie der sehr klein, weil ich natürlich auch wie der Feind nicht sein will, sondern einfach nur der Typ, der die Rhymes killt, während ich letzten Endes natürlich auch mein Bild hier jetzt gerade wieder sehe, während ich wieder stehe und zwar dem, was ich wie der Schnee nicht nennen will, sondern einfach nur mal wieder ein Rhyme Killer und somit meine ich natürlich auch das, was hier real war. Allerdings sehe ich dabei natürlich auch keinen Schnee, sondern einfach nur das, was ich hier bereit zu geben bin, nun einmal wieder geben dürfte, weil ich nun einmal wieder leben würde oder doch nur schon wieder hier jetzt gerade einfach nur wie der ständig, wie der lebendig werde, weil ich hier nun einmal wie der sehr inkehren will oder doch nur schon wieder einen scheiß Dreck halt. Ach, wahrscheinlich war es das dann jetzt auch direkt halt Genius Hardcore und ich glaube, ob das instrumental ist, ist ein bisschen zu leise drin, also was geht denn jetzt halt. Check, check.